Und bei mir hört ihr eben auch Dinge, das muss man sich bewusst machen, die euch kein Imam oder Sheikh erzählen wird. Aus verschiedenen Gründen nicht. Da kommen wir jetzt auch nochmal dazu. Die Frage ist, warum soll ich überhaupt von Klaus über den Islam lernen? Also, das erstens sage ich nicht, ihr müsst nur zu mir kommen. Lernt auch von woanders. Ich erkläre auch nicht alles. Natürlich kann ich jetzt nur eine Auswahl bringen. Auch wenn es heute um diese fünf Glaubensinhalte geht, muss ich sagen, man könnte über jeden Einzelnen ein Vier-Stunden-Video ganz ohne Probleme machen. Also, ich habe sehr mich kurzfassen müssen und wahnsinnig viel wegschneiden müssen oder auslassen müssen einfach. Ich kann gar nicht alles erklären. Das ist ein riesen, riesen Feld. Nicht umsonst studieren das Leute jahrelang. Aber, und das muss man auch sehen, ich bin ja nicht der Einzige, der nicht alles erzählt. Ich erzähle heute vielleicht mehr solche Sachen, die ihr woanders nicht hört. Das heißt, es ist im Prinzip auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Und wie gesagt, die Außensicht. Die Innensicht kann ich natürlich nicht liefern, will ich auch nicht liefern. Aber eine Außensicht mit Dingen, die wichtig sind und die ihr sonst nicht lernt. Bei mir gibt es auch Quellenangaben zum selber nachprüfen. Das findet ihr sonst wahrscheinlich nicht oder, also fast nie oder nie. Wenn jemand anders euch über den Islam erzählt wird, meistens erzählt, geredet, 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 geredet und ihr müsst nicken und uns glauben. Bei mir dürft ihr die Quellen und sollt ihr die Quellen selber nachprüfen. Die sind immer mit eingeblendet. Bei mir hört ihr eben auch Dinge, das muss man sich bewusst machen, die euch kein Imam oder Sheikh erzählen wird. Aus verschiedenen Gründen. Da kommen wir jetzt auch nochmal dazu. Zum einen problematische Dinge und Geheimnisse des Islam dürfen Ungläubigen gar nicht verraten werden. Das ist verboten. Also auch in islamischen Ländern zum Beispiel, dass ein Moslem da einem Christ erklärt, was er glaubt, ist verboten. Außer derjenige will zum Islam konvertieren. Dann ist was anders. Dann wird eben zum Anfang ein bisschen was erklärt. Und wenn er dann Moslem ist, dann kommen andere Sachen, die er vielleicht hätte vorneweg wissen sollen. Muslime erklären nicht zum Beispiel auch die widersprüchlichen und unlogischen Punkte ihrer Theologie. Muslime versuchen immer so darzustellen, als sei der Islam wahnsinnig logisch, wahnsinnig simpel, wahnsinnig schlüssig und alles. Hätte ich bis vor, ich sag mal, vier, fünf Jahren vielleicht auch noch so gesagt. Seit ich mich intensiver mit Islam beschäftige, kann ich das nicht im Geringsten mehr so sagen, sondern die Widersprüche, die sind in jeder Ecke. Und deshalb, ja, deshalb ist es gut, dass ihr auch zu mir kommt und dass ihr auch von mir Dinge hört, die ihr sonst nicht beigebracht kriegt. Dies gibt, das werdet ihr heute sehen. Und die, selbst für Muslime heute, denke ich, vieles, vieles Überraschendes haben werden. Aber schauen wir mal. Viele Muslime kennen den Islam wenig. Das ist eben auch der Punkt. Du kannst gerne einen Moslem fragen, aber Muslime kennen den Islam selbst oft wenig. Vielleicht von der Praxis her mehr, aber von ihren Quellen her sehr wenig. Wenn ich die wenigsten Muslime oder wenige Muslime lesen wirklich Koran, geschweige denn die Hadithe oder die Auslegungen zum Koran und sowas, was alles gewissermaßen wichtig und nötig ist. Aber da ist es ganz schön mau. Was es auch nur bei mir gibt, ist, dass ich euch noch eine biblische Perspektive dazu mitgebe. Und biblisch kleingeschrieben eigentlich, aber ja, das ist auch was, was, denke ich, heute hoffentlich euch hilft, noch ein bisschen ein paar Dinge besser einzuordnen. Und das sind so Sachen, die kriegt ihr nur bei mir. Aber wir haben, wir haben auch einige Leute mal gesagt, pass mal auf, ich verstehe gar nicht, worüber du redest. Ich verstehe von den ganzen Livestreams nur die Hälfte, weil da immer Begriffe vorkommen, die verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Und deshalb jetzt hier eine kurze Begriffserklärung. Allerdings, wie gesagt, eine kurze. Es gibt da zu jedem auch wieder, auch über jeden einzelnen Begriff können wir vielleicht einen ganzen Livestream machen. Können wir jetzt nicht machen. Und deshalb hier kurz einige Daten. Ja, der Koran. Der Koran, hier eine englische Version. Es gibt auch deutsche, türkische, alles mögliche. Wobei der eigentliche Koran ist auf Arabisch. Das sind alles nur Übersetzungen, beziehungsweise, wie es genannt wird, die ungefähren Bedeutungen von, oder so, dem Koran. Und, ja, das ist also ein kleines Büchlein. Von der Größe her ein bisschen kleiner, glaube ich, als das Neue Testament. Und 114 Suren, da kommen wir jetzt gleich zum nächsten, oder das kommt dann. Dieses Büchlein ist also, man könnte sagen, die Bibel der Muslime, wenn man das so nennen will. Warum das auch nicht ganz zutrifft, erfahren wir dann noch ein bisschen mehr. Aber das ist das heilige Buch der Muslime, an das eigentlich alle glauben müssen. 114 Kapitel in dieser Version und, ja, wie gesagt, eigentlich gültig auf Arabisch. Das ist die Offenbarung, die an Mohammed herabgesandt wurde. So wird es auch immer wieder geschrieben. Offenbarung hat also auch im Koran eine ganz, ganz andere Bedeutung, als jetzt zum Beispiel im Christentum oder als in der Bibel. Da geht es also wirklich darum, dass ein Prophet wortwörtlich von Allah, das ist die Frage, eigentlich durch Gabriel, durch den Engel Gabriel, wortwörtlich was eingegeben kriegt und der sagt das dann nur auf. Und das wird dann aufgeschrieben und genau, so ist das Offenbarungsverständnis. Also da ist 0% Mitwirkung vom Propheten in dem Sinne, sondern der sagt nur auf, was ihm eingegeben wurde. Ja, wie gesagt, im Koran 114 Suras, Surin, das sind sozusagen Kapitel, die sind sehr unterschiedlich lang. Im Koran selbst ungefähr der Reihe nach geordnet von groß nach klein. Erste Surin ist eine Ausnahme, die eröffnende, die Eröffnungssuche. Und ansonsten im Prinzip von groß nach klein. Die letzteren, die sind dann einfach nur ganz kleine, wenige Verse. Die erste geht über, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, also die geht ziemlich lang. Genau, und diese Surin sind dann unterteilt in Aya oder Ayet in Verse. Dann ist das ein weiteres, was sehr wichtig ist im Islam, es sind die Hadithe, die Überlieferungen. Und Mehrzahl davon Ahadith oder auch der Sammelbegriff ist dann Ahadith. Also das sind Überlieferungen von dem, was Mohammed gesagt hat und getan hat. Und da gibt es wahnsinnig viele. Grundsätzlich 600.000 gab es oder gibt es, von denen allerdings Gelehrte aussortiert haben. Weil da Erlogene, Erfundene, Falsche, alles mögliche drin war. Und von den 600.000 haben die 98,8% als Erfunden und Erlogen aussortiert. Und von diesen 1,2%, von diesen 7.000, 8.000 Hadithen, die dann übrig sind, da gibt es dann noch welche, die eingeteilt werden in Daiv. Das ist schwach. Daiv bedeutet also, wie gesagt, schwach. Aber man könnte sagen, das ist so eine 4 in der Schulnote. Also es geht noch durch, ist akzeptiert. Aber da sollten keine Rechtsgutachten auf dieser Basis erstellt werden. Wobei es auch einige Rechtsschulen gibt oder eine mindestens, die das trotzdem macht. Ja, dann gibt es noch die authentischen Hadithe, die Sahi-Hadithe. Und dann gibt es auch noch als gut klassifizierte Hadithe. Also es gibt da so im Prinzip eine Dreiteilung. Authentisch, gut oder eben schwach. Und da ist es den Muslimen sehr wichtig, dass es eine Isnat gibt. Eine Überlieferungskette. Der hat es von dem gehört, der hat es von dem gehört, der hat es von dem gehört. Wobei auch da eben bekannt ist, dass es immer wieder gefälscht wurde. Da hat also manche Leute, die haben einfach eine Isnat, eine Überlieferungskette frei erfunden. Was das an sich ja schon auch wieder ein bisschen in Frage stellt. Aber die Theorie ist, dass man mit dieser Isnat das zurückverfolgen kann. Wer hat es erzählt? Wo kommt es her? Und dann gibt es noch die Sirah, die Biografie des Propheten Mohammed. Da gibt es aber nicht nur eine, da gibt es eine ganze Reihe davon auch. Die allerdings nicht so super gut angesehen ist bei vielen Muslimen, weil da auch Dinge drinstehen. Also zum einen gibt es für diese Sirah keine Isnats, also keine Überlieferungsketten. Das heißt, die meinen, sich da nicht sicher sein zu können, ob das jetzt authentisch ist oder nicht. Und wo da einfach auch viele Sachen drinstehen, die nicht sehr positiv sind für Mohammed. Wo die heutzutage kaum ein Moslem oder keiner akzeptieren könnte. Dann gibt es die Sunnah, also die Überlieferung eben, oder die Handlungsweise, nach der sich gerichtet werden soll. Gerade auch zurückgreifend auf die Hadith. Also was Mohammed gemacht hat. Mohammed ist laut Koran das schöne Vorbild und nach ihm soll sich gerichtet werden. Dann gibt es die Scharia. Ja, das ist also das islamische Gesetz, was natürlich zurückgreift unter anderem auf den Koran, aber auch auf Hadith und sowas. Wo dann gesagt wird, okay, in diesem Falle gibt es diese Strafe und so weiter. Das ist das islamische Gesetz. Und wie wichtig das ist, werden wir auch demnächst nochmal sehen. Dann eben Islam. Was heißt Islam an sich? Islam heißt nicht Friede. Das hat auch lange keiner mehr gesagt. Das ist interessant, dass das mittlerweile etwas untergegangen ist. Es heißt auch nicht, sondern es heißt im Prinzip Unterwerfung. Also man unterwirft sich unter Allah und unter den Propheten Mohammed und schwenkt vollkommen die weiße Fahne und ist dann damit Moslem. Tauhid, das wichtigste Konzept im Islam, würde ich sagen, das ist also die Einheit Allahs, die absolute Einheit. Da kommt dann dieser Finger, den die Salafisten und die IS-Anhänger und sowas immer schön hochheben, dass es einen Allah gibt, sozusagen. Ob das so ist, werden wir heute auch noch mehr drüber sehen. Dann die Hijra, die Auswanderung, wo Mohammed von Mekka, wo er nicht so gut, nicht so erfolgreich war, ist er dann im Endeffekt nach Medina übergesiedelt, wo er gefragt wurde, dass er doch bitte kommen soll und wo er dann auch erfolgreich war. Dort konnte er dann wirklich den Islam zur Blüte bringen, konnte er tun und lassen, was er wollte, während er in Mekka einfach versucht hat, den Monotheismus zu predigen und damit, wie gesagt, nicht gut ankam. Also, dass er dann mit der Hijra, mit der Übersiedlung nach Medina hat es dann angefangen, dass der Islam erstarkt ist, massiv, dass er dann auch militärisch machen konnte, was er wollte. Und das hat dann eben zur eigentlichen Ausbreitung des Islam nicht nur beigetragen, sondern war die eigentliche Form des Islam. Also, das ist quasi, deshalb markiert diese Hijra auch die Zeitenwende im Islam. Das heißt ja, nach Hijra und vor Hijra sozusagen, wie wir und weltweit, wie es heißt, vor Christus oder nach Christus, kann man so sagen. So heißt es im islamischen Gebiet eben nach der Hijra zum Beispiel. Also, das heißt ja, das wichtigste Ereignis, was Muslime erkennen, ist nicht, dass Mohammed geboren wurde, nicht, dass Mohammed Prophet wurde, nicht, dass irgendwas, sondern, dass er nach Medina übergesiedelt ist und dort endlich der Islam machen konnte, was er wollte. Und das sieht man übrigens dann auch im Koran. Der Koran, man kann sagen, ist grob zweigeteilt auch in eine medinensische Periode und eine mekanische Periode. Also, in Mekka, die mekanischen Suren, die sind friedlich und freundlich und positiv, während hingegen die, und aber auch, wie soll ich sagen, literarisch höherwertiger, während hingegen dann eben die medinensischen Suren qualitativ sozusagen stark nachgelassen haben, aber auch, ja, wesentlich die ganzen kriegerischen Suren kommen im Prinzip da vor. Ähm, und die ganze Gewalt und alles, alles, was dann noch ist, die kam dann erst, wo der Islam machen konnte und Mohammed machen konnte, was er wollte. Eben, Zeitpunkt, wie gesagt, Hijra, Koran vor und Koran nach, ähm, der Hijra allerdings, oder nach medinensischer und mekanischer Koran allerdings, man kann es nur sehr, sehr grob sagen, welche, wohin gehören, das ist, das ist ja, wie gesagt, nicht der zeitlichen Reihenfolge nachgeordnet, der Koran, sondern, äh, sondern, äh, der Größe nach, aber man kann grob sagen, dass eigentlich vorne und hinten vertauscht sind. Also, die, die früheren, im Koran früheren, die ersten Suren sind eher die, die später kamen und die späten, so, die hinteren Suren sind die, die eher früher kamen. So, tendenziell, kann man nicht ganz so, 100% sagen, aber so als Faustregel. Der Jihad, ähm, heißt eigentlich Anstrengung, ähm, oder Eifer, ähm, bezeichnet theoretisch zwei Sachen. Das eine ist, äh, der innere Kampf, sozusagen, den man hat, zum Beispiel gegen Sünde, aber der Jihad auch mit dem Schwert. Und in über 80% der Fälle im, äh, im Koran ist damit der Kampf mit dem Schwert gemeint, äh, auch wenn manche Muslime sagen, ja, es gibt einen großen Jihad und einen kleinen Jihad und der kleine Jihad, das ist der mit dem Schwert und der große Jihad ist der innere Kampf. Interessant ist, Muslime das bringen, weil diese, äh, diese Hadith, die ist, ich weiß nicht mehr, ob sie überhaupt daiv ist, ob sie ganz verworfen ist, oder ob sie zumindestens ist sie daiv. Also, da, da bringen, um es positiv darstellen zu, darstellen zu können, bringen Muslime da quasi eine, ähm, eine nicht authentische oder nicht akzeptierte oder nicht, ja, nicht so gute Quelle. Genau, dann Abrogation, das ist die Auslöschung oder die, ja, wie soll man sagen, die, die Löschung von Versen, äh, und Ersetzung durch andere. Es gibt also abrogierende Verse, die sind, die sind später gekommen und die abrogieren, äh, andere Verse, die früher gekommen sind. Zum Beispiel ein typisches und bekanntes Beispiel ist der Alkohol, dass es erst eben hieß, ja, Alkohol ist erlaubt, sozusagen, und nicht nur erlaubt, sondern es ist ein Zeichen für die Weisen. Dann kam ein anderer Vers, da hieß, na, nee, ähm, so gut ist es gar nicht. Und dann kam noch ein Vers, na, nee, das ist sogar ziemlich schlecht. Und dann noch ein Vers und dann hieß es, ja, gut, das ist Teufelszeug. Ähm, es gibt auch, glaube ich, ein Video drüber bei mir, oder, ich habe zumindest einen Text schon geschrieben, also schon lang. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gedreht habe. Müsst ihr mal gucken. Nee, ich glaube, es hat noch nicht gedreht. Okay, jedenfalls, ähm, Abrogation, die Auslöschung von Versen durch andere, was übrigens auch, äh, erklärt, warum so viele Widersprüche im Koran sind. Es wird dann mithilfe dieser Abrogation aufgelöst, oder, oder, ja, Widersprüche eben aufgelöst. Und dann sagt er, ja gut, das widerspricht sich, äh, okay, aber das eine ist halt von dem anderen abrogiert. Deshalb widerspricht sich dann doch nicht mehr. Ja, so kriegt man natürlich auch ein Buch widerspruchsfrei, in dem man sagt, äh, wenn sich was widerspricht, gilt das, was zu spät, äh, was später gekommen ist. Praktisch. Definition Islam. Was ist überhaupt Islam? Jetzt muss ich mal sagen, was Islam nicht ist. Muslime definieren nicht, was islamisch ist. Jeder Moslem repräsentiert den Islam, äh, nicht jeder Moslem repräsentiert den Islam adäquat. Also es gibt viele Leute, die heißen Moslem, aber sind vielleicht, äh, nicht so ganz muslimisch. Gibt's ja im Christentum genauso, gibt's, äh, sicherlich in jeder Religion, weil nicht jeder alles macht, was er eigentlich machen sollte. Also deshalb, wenn ich jetzt wissen will, was ist Islam, dann kann ich nicht mein, was ist Islam, kann ich nicht meinen Nachbarn angucken. Sondern da muss ich die Bücher angucken, nämlich Koran, Hadith, äh, Hadith und Sirah. Die definieren dieses Dreiergespann, definieren, was islamisch ist. Dabei ist Mohammed das schöne Vorbild, wie gesagt, Suche 3321 für alle Muslime. Und Islam ist eben das, was Mohammed getan hat. Und deshalb müssen Muslime alles nachahmen, was Mohammed getan hat. Ähm, Scharia ist dabei wahnsinnig wichtig. Das ist ein Satz aus einem Katechismus von einer einigermaßen gemäßigten Moschee, äh, hier. Ja, Islam ist Scharia, Scharia ist Islam. Also das kann man nicht trennen, wenn jemand sagt, ja gut, Scharia brauchen wir jetzt nicht so, Islam wollen wir haben, jawohl. Nee, es lässt sich nicht trennen. Und wo Islam ist, dann will der Islam auch die Scharia. Äh, interessant auch, dass, äh, bei, bei, wie heißt der, Sheikh Ibrahim oder was, da hat einer jetzt mir mal geschrieben, dass er gefragt hat, äh, ja, wollt ihr, wollt ihr, dass Scharia kommt, wenn der Islam dann in Deutschland übernommen hat, wollt ihr, dass dann Scharia kommt? Ich weiß nicht, ob es für Sheikh Ibrahim, also irgendwo jedenfalls hat er es geschrieben. Und, äh, nach Dreimalfragen ist er dann geblockt worden. Das sagt ja auch schon was. Ja, Islam ist stark dualistisch, habe ich schon mal gesagt, weil es eben diesen mechanischen und medinensischen Koran gibt. Und deshalb war auch Mohammeds Lehre und Verhalten, ähm, seit der Hinschla vollkommen anders. Ähm, daran erkennt man, wenn, wenn, manche Leute sind verwirrt. Die sagen, ja, das, das klingt ja eigentlich so friedlich, was du mir jetzt vorliest. Aber man hört immer so kriegerische Sachen. Und, ja, wie ist denn das jetzt? Das hängt damit zusammen, äh, dass der Islam wirklich einfach zwei Seiten hat. Ähm, wobei übrigens auch als Faustregel, das, was friedlich ist, ist, äh, abrogiert. Von Dingen, die, vom sogenannten Schwertvers zum Beispiel, ist, äh, Suren 9, Vers 105, meine ich, ähm, sind alleine, ja, je nach Rechnung, das ist halt auch, gibt es halt auch nichts Einheitliches. Je nach Rechnung sind da über 100 Verse, 180 Verse oder was abrogiert durch diesen einen Vers alleine. Äh, gibt es aber auch andere Rechnungen. Während der mechanischen Periode wurde der Islam von außen eingeschränkt. In Medina konnte er sich voll entfalten. Das hatten wir schon mal. Und eben bei Widersprüchen gibt es das Prinzip der Abrogation. Und jetzt gucken wir uns das heutige Thema mal an. Das war jetzt so ein bisschen Vorwort. Die fünf Glaubensinhalte. Ähm, da gibt es eine Hadith, die beschreibt, dass da der Jibreel gekommen sei und dann nach dem Glauben fragt. Und da heißt da, dass dann Mohammed sagt, an Allah glauben, also das sind jetzt die Glaubensinhalte, ne, an Allah glauben, an seine Engel, seine Bücher, an seinen Gesandten, an den jüngsten Tag und an die göttliche Entscheidung. Wer jetzt mitgerechnet hat, wird merken, Hossa, das sind doch sechs. Äh, es gibt manche Leute, die sagen fünf Glaubensinhalte, weil die die göttliche Entscheidung oder das Schicksal, äh, weglassen. Aber es sind eigentlich sechs. Allah ist Einheit, die Engel, jüngstes Gericht, Propheten, Schriften und das Schicksal. Ja, ähm, Entschuldigung, nicht suchen 9 Vers 105, suchen 9 Vers 5. Dankeschön. Ähm, ja. Gut, dann die fünf Säulen. Jetzt gucken wir mal, äh, diese fünf Glaubensinhalte ein bisschen später an, aber nur erst mal zur Erwähnung, dass es auch die fünf Säulen gibt. Die können wir in einem anderen Livestream dann angucken. Die Shahedah oder Shahada, das Glaubensbekenntnis, Salat oder Namaz, ähm, das Ritualgebet, Zakat, das, ähm, wenn man es so nennen will, Almosen, Saum oder Uruj auf Türkisch. Ähm, das Fasten und die Hajj. Ähm, und auch hier gibt es eigentlich eine sechste Säule, weil Säulen sind diese Dinge, die jeder Muslim tun muss, um ein echter Muslim zu sein. Und auch da, ähm, das gefällt vielen vielleicht nicht, aber auch da laut Koran muss jeder Muslim Dschihad machen. Äh, zu allerwenigstens den Dschihad unterstützen, zum Beispiel finanziell, aber im Normalfall, wenn er, wenn er irgendwie kann, ähm, Dschihad im aktiven Kampf. Das sind die sechs fünf Säulen. dieser ist das eine große, förderste Stelle, von uns fünf Säulen. Das ist die neue rzeczy, von Unsäulen- und ein wenigstärke.